Willkommen zu einem neuen Unboxing, ich habe heute Geburtstag und mein bester Freund Uwe war gerade hier und hat ein Paket geschickt oder gebracht, besser gesagt, er ist ja hergefahren und was er noch mitgebracht hat, 6 Sterne Export, so ein 6er Pack, so und jetzt machen wir erstmal das Unboxing, beziehungsweise wir packen jetzt erstmal das Paket aus, hier oben drauf liegt so ein Art Schild, wer Bier trinkt, hilft der Landwirtschaft, steht da drauf, sehr cool, ja da musst du nicht so gucken, da musst du nicht so gucken, das ist nicht für dich, so und jetzt machen wir mit dem Paket weiter, so, uwe ist verrückt, man sieht schon ein bisschen was, hier kommt ein eiskaltes Sternbohrkradler, sehr cool, sehr cool, sehr cool, dann kommt hier noch ein Sternbohrkradler, das so vollgepackt, das wäre besser mit DHL nicht angekommen, das wäre kaputt gegangen, weil hier ist gar nicht eingepackt, ich muss das Paket mal ein bisschen mehr holen, so, dann kommt hier ein Sternbohrkradler, ja wie mein Nickname im Chat heißt, so, dann kommt hier, lecker, 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 eine kleine Dose, eine kleine Dose Winstentabak, sehr gut, sehr gut, ich habe mir jetzt dann erst in gekauft, so, dann kommt jetzt hier, noch ein Sternbohrkradler, ja, und jetzt kommt hier, ja, eine Schachtel, F6, sehr cool, sehr cool, sehr, sehr cool, was zu rauchen und was zu saufen, so, und jetzt kommt hier, Münchshof Original, das gibt es hier auch im Rewe, dass kein Nerd so will, aber ich finde, das schmeckt nicht so bayerisch, obwohl es auch aus Bayern kommt, der Karton ist hier sehr unpraktisch, mit hinstellen, dann kommt hier noch ein Münchshof Original, und was kommt jetzt hier, ein kleiner Schnaps, so wie es aussieht, flüssiges Knoblauch, bio, aha, das ist kein Schnaps, da ist echt was zu essen, glaube ich, steht leider, vermeiden Sie Knoblauchfinger und das nervige Pressen der Knoblauchzähne, mit dem flüssigen Knoblauch müssen Sie nur den Schraubvorschluss abnehmen, dann könnten nicht einfacher sein, aha, so, wenn man das lesen kann, also, das ist nichts zu trinken, also, wenn ich das trinken würde, da wird ein tausend Vampir umfallen, so, jetzt machen wir mal schnell, wir sind schon bei dreieinhalb Minuten, und dann kommt jetzt hier das dritte Münchshof Original, und als letztes kommt noch mal ein Münchshof Original, jo, damit ist das Wochenende gerettet, so, Paket an der Seite, als nochmal schön hinstellen, und dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank für das Geburtstagspaket, plus sechs Sterne, das Schild ist natürlich auch lustig, danke dafür!